So, Kamera läuft? Wunderbar. Ja, mein Name ist Rudolf Jäger von der Firma Sander & Doll. Ich bin hier bei Herrn Mischiglott in Bad Wildung, in der Holzfachschule Bad Wildung und vielleicht einfach mal ein paar Kommentare von dir, dass du mir sagst, was einen erwartet, wenn man hier sich auf diesen Termin einlässt. War jetzt ein bisschen besonders, weil wir hier in der Holzfachschule sind, aber ansonsten, wenn ich zu den Kunden rausfahre, ist es ja im Prinzip ähnlich. Wie hat es dir gefallen? Ja, gerne. Also erstmal herzlichen Dank an den Herrn Jäger für die tolle Veranstaltung heute. Wir hatten heute 36 Schüler hier zu Gast, Techniker und Tischlermeister-Schüler. Und ja, was haben wir erwartet? Im Vorfeld haben wir natürlich über Kalkulationen gesprochen, über Kostenrechnung, was kostet das Möbel, wie kann ich Daten erfassen, Stammdaten und so weiter. Und das war heute das Hauptthema für uns. Das ist super erfüllt worden. Also wir haben ja die Resonanz eben gesehen bei den Schülern und ich muss sagen, also ich bin auch ganz begeistert. Wunderbar. Und ja, es führt natürlich dazu, dass wir das Programm zukünftig hier in der Schule einsetzen wollen und auch werden, wenn ich es erstmal erlernt habe. Aber da wird der Jäger mir dabei helfen. Und das ist natürlich ein modernes, zeitgemäßes Programm, was wir haben sollten bei uns in der Holzfachschule. Und also nochmal herzlichen Dank für die tolle Veranstaltung und gerne wieder, immer wieder. Ich kann das nur empfehlen. Also auch für andere Schulen natürlich gerne empfehlenswert. Alles klar, dann sage ich vielen Dank. Auf weiterhin gute Zusammenarbeit. Ja, bis zum nächsten Mal wieder. Danke.